Hi, ihr seid wieder bei Kauskanz, ihr seid bei Angie und wir sind bei Best Age Fitness und wir haben Brain, Training für das Gehirn und vielleicht habt ihr ja gerade schon den Hasen und den Jäger gemacht, jetzt kommt der Polizist, der ist auch schön und der ist schon mal eine Stufe mehr. Okay, wir starten, wir brauchen ein bisschen Platz für die Arme aber nur, aber sonst brauchst du nichts. Also, ich gehe mal ein Stück zurück, sieht man besser. Okay, der Polizist regelt den Verkehr, also früher und die Bewegung, die wir machen, ist mit dem linken Arm oben, seit, oben, tief. Ich gehe noch ein Stück zurück, oben, seit, oben, tief. Nochmal, oben, seit, oben, tief. Noch einer, oben, seit, oben, tief. Das hat geklappt. Okay, der rechte Arm geht hoch und tief, hoch und tief. Und jetzt sagt ihr natürlich, oh, das ist ja einfach. Ja, ist es ja auch. Aber wie ist es, wenn ich jetzt versuche, beide Arme zusammenzubringen? Das heißt, hoch und tief bleibt, ja, hoch und tief bleibt. So, und jetzt kommt, oben, Mitte, oben, tief. Oben, Mitte, oben, tief. Nochmal, oben, Mitte, oben, tief. Der letzte, oben, Mitte, oben, tief. Wie war's? Schön! Und wenn ihr sagt, oh mein Gott! Ja, dann müsst ihr üben, üben, üben. Viel Spaß mit dem Polizisten. Das war Angie. Tschüss!